Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige wieder eine Partie aus meinem Turnier. Diesmal habe ich mich für Runde 5 entschieden. Ich weiß, dass viele von euch sich auch die Runde 3 gewünscht haben. Vielleicht kommt die später noch, nur die Partie war so kompliziert, da brauche ich etwas länger, um die zu analysieren. Und ja, die Kraft möchte ich mir tatsächlich jetzt einfach sparen. Runde 5 war aber auch ganz spannend und ja, nicht ganz so eine lange Partie. Und deswegen zeige ich euch die jetzt. Ich habe gegen einen jungen Israeli gespielt, Yaniv Yuval. Und das war der Tag der Doppelrunde. Morgens hatte ich ja sehr unglücklich, oder was heißt unglücklich, es war meine eigene Dummheit. Aber ich habe eine Stellung gegen den indischen GM Guha Mitraba verloren, die man auf gar keinen Fall verlieren sollte. Und das hat mich natürlich sehr geärgert, aber zumindest konnte ich direkt danach dann die nächste Partie spielen und versuchen, es wieder gut zu machen. Ja, ich hatte weiß und auch, ja, mein Gegner spielte wieder Sizilianisch. Und da ich schon zweimal Läufer B5 Schach in diesem Turnier gespielt habe, dachte ich mir, na gut, dann spielen wir jetzt mal Alapin, um auch mal ein bisschen Abwechslung zu haben. Es war natürlich zwischen den Runden jetzt nicht allzu viel Zeit zur Vorbereitung. Das galt sowohl für mich als auch für ihn. Und er wirkte nicht, als hätte er jetzt unbedingt damit gerechnet, aber vielleicht hat er sich auch einfach gedacht, Ausruhen ist besser als Vorbereiten. Er spielte Springer F6. Den hatte er bisher nicht in der Datenbank, aber er hatte auch nicht so viele Partien in der Datenbank. Und ja, Springer D5. Springer F3, das ist die Variante, die habe ich auch schon gespielt und vorbereitet. Springer C6 und Läufer C4, das habe ich, soweit ich weiß, in einer klassischen Partie noch nicht auf dem Brett gehabt. Und nach Springer B6, Läufer B3, C4 scheint es, als würde Schwarz hier genau in die Hauptvariante gehen. Und die entsteht hier nach D5, schlägt Damen, schlägt Rochade. Und hier entstehen sehr spannende Stellungen, Rochade Läufer G4, Schwarz rochiert hier meist lang. Weiß versucht sich auf den C4-Bauern zu stürzen und ja, ganz, ganz komplizierte Stellung, die ich jetzt hier nicht im Detail erklären werde. Einmal, ja, weil das meine Vorbereitung ist und zum Zweiten, weil das auch ein bisschen zu tief gehen würde dafür, dass er das am Ende gar nicht gespielt hat. Denn er spielte hier G6. Und ja, ich wusste, dass es den Zug gibt, aber ich wusste nicht mehr ganz genau, wie es hier weitergeht. Es ist eben keine Hauptvariante und wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht unbedingt mit dieser Variante gerechnet. Ich wusste nur noch, dass man auch hier schnell gegen den Bauern auf C4 spielen muss. Und das irgendwie in Kombination von Dame E2 und Springer A3. Am Ende hat sich herausgestellt, also Springer A3 steht in meiner Datei. Ich habe aber mit Dame E2 angefangen. Und hier folgte D5. Vielleicht kurz, ja, was passiert denn, wenn Schwarz Läufer G7 weiterspielt? Der sieht ja recht logisch aus nach G6. Dann Springer A3. Okay, Schwarz kann hier rochieren. Und hier hat Weiß die Wahl. Also einmal ist Rochade eine Idee und nach Springer A5 einfach D4. Also Weiß tauscht diesen C4-Bauern ab, öffnet so die Läufer. Und Schwarz wird hier die Stellung etwas schwächen müssen, um die Entwicklung des weißfelderigen Läufers irgendwie zu ermöglichen. Also wahrscheinlich braucht man D5 früher oder später. Und dann hat Weiß zumindest die bessere Struktur. Weiß kann hier aber auch den Bauern auf C4 nehmen. Schlägt, schlägt und zum Beispiel nach Springer E5 einfach tauschen und D4 spielen. Und hier kann man dann sogar überlegen, mit H4 weiter zu spielen, weil man hat noch nicht rochiert und kann gegebenenfalls lang rochieren. Ja, das ist aber aus meiner Sicht, ja, die, also das war die Variante, die ich erwartet habe, wer spielte, aber D5. Schlägt und Dame D6. Und ja, hier hat Weiß so ein bisschen die Wahl, was macht man? Ich wollte ursprünglich natürlich Springer A3 spielen, aber ich hätte mir Dame E6 nicht so gut gefallen. Nach Dame schlägt E6, Läufer schlägt E6, dreht sich nämlich so ein bisschen das Blatt, denn der Bauer auf C4 ist nun gar nicht mehr schwach, sondern eher stark, weil er die weiße Entwicklung einschränkt. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Stattdessen könnte man hier B3 spielen und nach Schlägt, Schlägt, Läufer G7, Springer C4. Aber hier nach Springer D5 ist die Stellung auch nicht so klar, denn, ja, wir können nicht einfach D4 spielen, weil dann der Bauer auf C3 hängt und auch Springer F4 liegt in der Luft. Also wahrscheinlich sollte man hier einfach auf E6 tauschen und ruchieren, aber hier steht Weiß wahrscheinlich nicht besser. Deswegen habe ich mit B3 angefangen. Zugegebenermaßen kann Schwarz auch hier Dame E6 spielen und vermutlich habe ich nichts Besseres als Springer A3. Aber Schwarz hat eben auch andere Alternativen und mein Gegner hat sich für etwas anderes entschieden, nämlich für Läufer G7. Ähm, ja, ich habe hier jetzt verstanden, was seine Idee ist. Schwarz möchte ausnutzen, dass ich die lange Diagonale geschwächt habe und den Turm auf A1 im Prinzip abholen. Ich habe auf C4 geschlagen und Springer B4. Das war der schwarze Plan. Schwarz konnte ich hier übrigens auch noch hochieren und nach Springer A3, Dame E6 zum Beispiel spielen, so dass ich, ja, nicht einfach den Springer entwickeln kann. Aber nach Turm B1 denke ich, sollte Weiß besser stehen. Turm B5 ist eine Idee. Man kann natürlich auch schauen, wie man danach die Entwicklung fortsetzt. Also auch Dame E6 und D3 kann natürlich mal eine Idee sein. Und hier steht Weiß wahrscheinlich etwas besser, obwohl Schwarz ein bisschen Kompensation hat. Stattdessen folgte Springer B4. Und ja, hier könnt ihr gerne mal überlegen, was ihr machen würdet. Schwarz möchte natürlich auf C2 schlagen oder den Springer nach D3 bringen. Ist wahrscheinlich beides recht unangenehm. Aber, ja, kann man hier die Qualität geben, was denkt ihr? Also, ich habe mich natürlich schon beim Schlagen auf C4 dafür entschieden, die Qualität hier abzugeben. Und nach Läufer schlägt A1 ist auch der nächste Zug forciert, also B4 hängt, deswegen muss man C5 spielen. Und hier hat Schwarz zwei Möglichkeiten und er hat tatsächlich recht schnell den schlechteren Zug gespielt, den ich aber während der Partie auch für den besseren gehalten habe. Schwarz sollte Dame C6 spielen. Und nach Springer C3 schlägt, schlägt Springer D5. Zum Beispiel Rochade, Läufer G4. Und der Punkt ist, dass Schwarz hier einfach lang rochieren soll. Und, ähm, ja. Nach A3 steht Weiß trotzdem besser, der schwarze König ist schwach. Weiß hat das starke Läuferpaar. Und, ja, der weiße König wird hier nicht angegriffen, der schwarze aber vielleicht schon. Aber das wäre besser gewesen als Dame C7. Auch hier habe ich Springer C3 gespielt. Und nach Läufer C3 kann ich euch auch empfehlen, mal ein bisschen zu rechnen, wenn ihr Lust habt. Äh, man hat hier nämlich die Möglichkeit, auf B6 zu schlagen. Was haltet ihr davon? Würdet ihr das spielen oder nicht? Also, ich habe das hier auch eine ganze Weile gerechnet. Und ich habe lustigerweise nicht mal den kritischen schwarzen Zug gesehen. Äh, also wenn man hier Dame F4 sieht, dann kann man die Variante sowieso sofort ad acta legen. Denn, äh, die Dame fesselt den Bauern. Den C1-Läufer wollen wir natürlich nicht geben. Und dann hat Weiß hier gar nichts gekonnt. Ich habe während der Partie A schlägt B6 gerechnet. Und auch das hat mir nicht so gut gefallen. Nach D schlägt C3, Dame schlägt C3. Ja, sollte man die Damen tauschen. Und nach König D2, Turm A2. Hatte ich den Eindruck, dass Schwarz hier gar nicht so schlecht steht. Ähm, der Computer gibt Weiß hier auch Vorteil. Was ich auch glauben kann. Aber ich glaube, das hier ist nicht so großer Vorteil. Äh, deswegen habe ich mich entschieden, mit dem Bauern zu nehmen. Jetzt hängt natürlich der Springer auf B6. Also, der muss ziehen. Und Rochade. Ja. Warum spiele ich hier so ruhig? Ich meine, ich habe ja eine Qualität weniger. Aber auch hier gilt, Weiß hat einen Bauern für die Qualität und das Läuferpaar. Und was am allerwichtigsten ist, der Bauer steht auf G6. Und das ist das große Problem für Schwarz. Tatsächlich nicht der Bauer auf G6, sondern natürlich das Feld auf G7. Und Weiß hat noch den schwarzfeldrigen Läufer. Schwarz aber nicht. Und deswegen hat Weiß hier riesige Kompensation. Der Bauer auf C3 ist vergiftet, denn nach Dame C4 ist einfach der Springer weg. Wenn Schwarz hat rauchiert, Läufer H6. Der Läufer bringt sich schon mal in Stellung, verjagt jetzt den Turm. Und am Ende möchte ich natürlich gerne Dame G7-Matt spielen. Das wird jetzt nicht ganz so einfach zu erreichen sein, aber es ist auf jeden Fall der Plan. Ja, Turm D8 und Läufer B3. Die Idee ist, dass der Läufer natürlich auf der Diagonale nicht allzu viel zu tun hat und nun ein bisschen F7 aufs Korn nimmt, sodass der Springer von D5 nicht so einfach weg kann. Denn würde der Springer auf F6 stehen, wäre es nicht mehr so leicht, auf G7-Matt zu setzen. Aber hier ist Springer F6 nicht so leicht, weil dann nach Springer G5 mal große Probleme auf F7 entstehen. Auch hier ist übrigens wieder Springer schlägt C3 schlecht wegen Dame B2 und der Springer fällt oder ansonsten ist Matt auf G7. Läufer G4 ist eine Möglichkeit, aber hier würde Weiß wahrscheinlich einfach Turm E1 spielen. Und hier ist nicht ganz klar, wie soll es für Schwarz weitergehen. Also Springer schlägt C3 scheitert immer noch aus dem gleichen Grund und deswegen ist nicht klar, was die schwarze Idee ist. Mein Gegner spielte Läufer E6 und das ist wahrscheinlich auch der beste Zug. Und auch hier kann ich euch empfehlen, mal zu überlegen, was ihr spielen würdet. Ich habe hier nämlich eine Viertelstunde nachgedacht, weil ich es gar nicht so einfach fand. Ich hatte nämlich das Gefühl, alle meine Figuren sind im Spiel und es ist jetzt an der Zeit zu gewinnen. Meine erste Idee war Dame B2. Der Punkt ist einfach, ich möchte auf D5 schlagen und C4 spielen und dann Matt setzen. Aber das Problem ist Schwarzes dran. Und die schwarze Idee hier ist F6. Okay, das funktioniert nicht. Was ich noch überlegt habe, war Springer D4. Weil, ja, der Läufer auf E6 steht natürlich nicht optimal und wenn ich es schaffe, den zu schlagen und Schwarz da an Doppelbauern zu geben, muss ich nicht mal den Bauern gewinnen, sondern die Stellung ist dann einfach strategisch noch schlechter. Das Problem ist aber hier Springer schlägt C3. Und hier habe ich sehr, sehr lange versucht, Dame schlägt E6 zum Laufen zu bringen. Ja, die Idee ist, dass nach F schlägt E6, Springer schlägt E6, hier natürlich Springer schlägt C7 Abzugsschacht droht. Und nach Dame D7 hat man auch den Springer Abzug nach F8. Das Problem in dieser Stellung ist aber, dass Schwarz mit Dame D5 die Dame zurückgeben kann. Und hier hat Weiß jetzt leider zu viel Material abgegeben, denn der Bauer auf C3 ist weg und es wird kein Matt mehr. Und plötzlich steht Schwarz auf Gewinn. Das war sehr schade. Also ich habe hier wirklich lange gesucht, ob ich was finden kann, weil Dame E6 so cool aussieht. Aber, ja, es gibt leider nichts. Natürlich habe ich hier auch Dame E3 gerechnet. Die Idee bleibt ja, also Dame B2 ist im Prinzip das Gleiche. Der Punkt ist aber nach Läufer B3, Dame schlägt C3. Dame E5 ist der Springer gefesselt und, ja, Schwarz gewinnt den Springer oder behält den Läufer. Und auch diese Stellung sollte jetzt gewonnen sein für Schwarz, denn ohne den C3-Bauern ist das Materiell eben schon recht klar. Und es gibt hier keinen Matt. Auch Springer schlägt B3 hilft nicht, denn nach Springer D5 gilt auch das Gleiche. Also es ist erstmal kein Matt mehr. Und plötzlich, ja, sind die weißen Figuren auch nicht mehr aktiver als die schwarzen. Ja, nachdem ich diese Varianten recht lange gerechnet habe, kam ich auf die Idee, was ist eigentlich der nächste schwarze Zug? Was möchte Schwarz hier spielen? Und deswegen habe ich Turm E1 gespielt. Wir haben ja schon festgestellt, Schwarz möchte auf Dame B2 mit F6 reagieren. Das habe ich jetzt einfach verhindert. Jetzt drohe ich Dame B2, denn dann wäre der Läufer auf E6 ungedeckt. Das ist die Idee. Um das mal zu illustrieren, also was, wenn Schwarz einfach A5 spielt, ja, keine Ahnung, möchte den Turm auf A8 aktivieren. Dann spiele ich Dame B2 und zum Beispiel nach A4 schlagen wir auf D5 und C4. Jetzt hängt der Läufer und es droht Matt und das ist genau meine Idee. A schlägt B4 ändert natürlich auch nichts. Hier kann man sogar einfach auf B4 nehmen, denn jetzt ist plötzlich die Dame offen. Und hier noch ein positiver Punkt, also zum Beispiel nach Springer F6 kann Weiß einfach auf E6 schlagen und hier ist vielleicht Springer G5 am schlauesten. Man gewinnt hier sogar noch den Bauern auf E6 und auch das ist völlig vorbei. Das heißt, das ist die weiße Drohung. Und mein Gegner hat hier sehr, sehr lange überlegt und hat sich dann für Läufer G4 entschieden. Ja, was macht Läufer G4? Okay, er möchte im Prinzip auf F3 nehmen, aber das stört mich gar nicht. Deswegen habe ich H3 gespielt und ihn dazu gezwungen. Springer F6. Und ja, hier hat Weiß auch viele Züge. Das Problem ist, dass die schwarze Stellung hier dauerhaft schlecht ist. Aber ich glaube, ich habe schon den besten Plan gefunden. Ich habe ursprünglich überlegt, ob man hier vielleicht Läufer G5 spielen sollte und einfach auf F6 nehmen möchte. Aber ich glaube, dass die Stellung nach A5 schlägt, schlägt, schlägt und Turm D7 nicht so super klar ist. Also Weiß steht hier auf jeden Fall besser und hat zum Beispiel Ideen wie H4, H5, H6. Aber Schwarz hat sich so ein bisschen koordiniert. Hat jetzt natürlich schon zwei Bauern gegen die Qualität weniger, aber ist vielleicht nicht mehr matt, weil der schwarzfältige Läufer vom Brett ist. Und ja, ich habe mich gefragt, wo ist denn die schwarze Schwäche außer G7? F7. Deswegen habe ich ja früher mal Läufer B3 gespielt. Und mit G4 drohe ich G5 und dann muss der Springer weg. Ja, was hat Schwarz hier für Optionen? Ich dachte tatsächlich in der Partie, vielleicht ist Turm F8 das Beste. Was auch stimmt, aber hier habe ich natürlich nicht weit gerechnet. Ich kann in jedem Fall auf F8 nehmen und habe dann einen Bauernmeer. Man muss sogar nicht mal sofort nehmen. Aber ja, ich denke, das ist völlig ausreichend, um zufrieden zu sein in einer Partie. Stattdessen folgte damit D7. Okay, die Idee ist, dass jetzt nach G5 Springer D5 kommt und der Springer hängt eben nicht. Vielleicht kurz, also Springer H5 geht natürlich gar nicht. Das ist sofort vorbei, weil nach Turm E7 hängt die Dame und es droht matt. Deswegen Springer D5 und auch hier weiß einiges zur Auswahl. Ich habe mich für Turm E5 entschieden. Das verhindert Dame F5 und greift den D5 an, aber Turm D1 funktioniert genauso. Und hier die wichtigste Idee ist, dass nach E6 einfach Turm D5 oder Läufer D5 kommt, mit der Idee, dass hier nach Dame F6 das matt auf G7 unverhinderbar ist. Dame C7 folgte in der Partie, aber jetzt nach Turm D5 hat weiß sogar materiell einfach die bessere Stellung. Der Läufer auf H6 sieht aus, als wenn er aus dem Spiel ist, aber das Problem ist, dass der schwarze F7-Bauer immer noch schwach bleibt. Und hier zum Beispiel nach Turm D5, Läufer D5, E6 folgt ja immer noch Dame F6. Deswegen, ja, bleibt es nicht dabei, dass schwarz hier irgendwie Turm gegen zwei Figuren weniger hat, sondern schwarz wird noch mehr Material verlieren. Und deshalb gab mein Gegner hier auf. Ja, das war eine sehr schöne Partie und hat sehr viel Spaß gemacht, nachdem ich morgens nach 5 Stunden Leiden verloren hatte. Ich hoffe, die Partie war auch für euch spannend. Also ich weiß das auch, dass ich mich immer etwas unsicher fühle, wenn ich ja zum Beispiel einfach eine Qualität weniger habe und es gibt erstmal keinen konkreten Gewinn, so im Prinzip wie es hier war. Aber ich denke, man hat auch in dieser Analyse gut gesehen, dass die weiße Stellung auch von Anfang an deutlich besser war, weil die Figuren einfach besser waren und weil der schwarze König sehr schwach war. Und ja, falls ihr denkt, ich gewinne irgendwie nur Partien, weil ich euch hier nur Gewinnpartien zeige, das ist nicht der Fall. Also ich habe ja schon erwähnt, ich habe die Runde davor verloren und ich habe auch heute die Partie verloren, das war auch recht schmerzhaft. Aber manchmal ist es so, dass die Gegner einfach deutlich besser spielen als man selbst. Da muss man dann mit klarkommen. Ich habe jetzt dreieinhalb Punkte aus sechs Partien. Und ja, es sind noch drei Runden. Ich hoffe, dass ich da auch noch die eine oder andere Partie gewinnen kann. Falls ihr die Live-Übertragung verfolgt, dann lasst mir auch gerne einen Kommentar da, welche Partie ich am Ende des Turniers noch für euch analysieren soll. Können auch gerne Partien sein, die ich verloren habe. Aber jetzt während des Turniers zeige ich euch gerne die Gewinnpartien. Das hebt meine Laune und das ist am Ende sehr wichtig zum Schachspielen. Ja, das war es mit dieser Partie und mit der Analyse. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr die Übertragung verfolgt und irgendeine Partie besonders gerne sehen wollt, lasst mir gerne einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und bis dahin. Tschüss!